Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschienen. Was ist denn hier los? Kacken! Abhauen! Und wer heißen Sie? Ich heiße Trodl Hums, ich komme aus München. Ha 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 Das ist die Artillerie! Was macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit ihnen verhandeln wollen? Ach, Unsinn! Es ist ein Führerbefehl! Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Das wäre noch weit fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Verheiratet mit der Schwester von Eva Braun, das macht sie praktisch mit dem Führer vorhanden. Das muss... Ach, Unsinn! Ach, Unsinn! Eeeh, Unsinn! Eeeh, Unsinn! Gubba, 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 Gubba! Gubba, 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 Gubba! Eeeh, Unsinn! Eeeh!